Blaue oder gelbe oder was auch immer, ich durfte ihm einfach geschimpft haben, ich meine, ist schon ok, aber trotzdem, also, hat ihm nicht gut getan, dem ganzen Spiel, dass er so lasch war. Und das war das Beste, bei der 35. Minute haben sie abpfiffen, oder abpfiffen, weil er einfach auf die falsche Uhr geschaut hat, oder 30. Minute in der zweiten Halbzeit, da sind beide Tränen zerben und so, du, der 50. Minute wollte nicht pfeifen, da hat er sich echt vergewissert und dann hat er weiterpfiffen und wir haben das alles im Video, gell? Da hab ich mir gedacht, wenn der ÖFB in der Essig 2-1 oder 3-1 gewonnen, weil die eben ausgelassen waren und die dann in der Überzahl waren, aber die Überzahl haben lange geschlossen, so typisch die wir da lassen, so nix! Das war doch noch mit der Lucke, oder? Ja, Mimo, ist das wichtig? Ja, sorry. Ja, geht her. Ja, Fradi, Fradi, Fradi. Ja, Fradi, Fradi, Fradi. Es ist okay. Das sieht so viel Pfeife aus. Ja, aber ich weiß, hey! Ein Blauer! Warum lässt dich auf, warum setzt dich auf? Ja, ja. Ja, ich weiß. Ja. Wie steht es jetzt eigentlich? Zwei, eins, oder? Ja, voll. Ja, voll. Schmusen. Schmusen. Ach, drin ist er. Ja. Ja, voll. 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 Jetzt klingt es so richtig in Serie. Ja, voll. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ui, wo der erste Schuss? 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 Die 29. Minute, wenn du richtig eingeschaltet hast, dann haben wir noch 10 mindestens. Die 30. Minute, wenn du richtig eingeschaltet hast, dann haben wir noch 10 Minuten. Die 30. Minute, wenn du richtig eingeschaltet hast, dann haben wir noch 10 Minuten. Die 30. Minute, wenn du richtig eingeschaltet hast, dann haben wir noch 10 Minuten. Morgen wird es richtig schön, gell? Es geht auf und runter, zweimal. Entweder kalt oder warm. Jetzt müssen wir schon 8 Mal abholen. Ja, aber dann muss es kühlen, dass es so heiß ist. Ja, dann brauchst du den Klima-Lager, wenn du ihn nicht ausmust. Morgen hat es 14 Grad, am Freitag hat es 20. Am Samstag hat es 22 Grad und dann knallt es wieder runter am Sonntag auf 12 Grad. Samstag muss schön sein. Samstag schön? Ja. Samstag ist am schönsten. Wobei, das kann sich verschieben. Dann sind wir wieder da am ganzen Tag. Schatzt, dann sind wir wieder da am Anfang. Schatzt, dann sind wir wieder da am Anfang. Und da wurde also eine Puppe vor einem extra nummeren Teil. Ja, da ist ein Termin, der ist ja eine Fische. Ja, die sind so weit weg. Komm, 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 komm! Es ist jetzt hier ein Junge, jetzt kommt doch! Es ist jetzt hier ein Junge! So haben wir es auf der anderen Seite. Oh, ist das, der wir hier mit uns da kommen, wir sind jetzt hier mit uns da drückt und dann hier mit uns da schlafen. Ja, ich weiß nicht, da kommt nicht nur, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Aber wie gehen wir sie denn dazu? Die gehen wir ja nicht dazu, ihr lasst die immer dieselben rennen. Es ist scheißegal, wie sie rennen, immer dieselben. Max, Max, ziemlich gut, Max! Hey, Max! Komm, komm, bleib! Ja! Hey, hey! Komm her! Komm her! Komm her! Geh drüber, geh drüber! Komm her! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020